Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Haxenbayer. Heute mal melde ich mich aus der Web App, denn ich möchte heute gerne mit euch gemeinsam meine 5 Gratis Packs oder in dem Fall 10 Gratis Packs öffnen, die wir ja alle bekanntermaßen von EA netterweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das sieht man ja auch nicht alle Tage, dass man 5 Gratis Packs bekommt. Ich habe aber komischerweise 10 Gratis Packs bekommen. Ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Ich denke wegen meinem, in Anführungsstrichen, Titel Foot Gründer. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob auch ihr 10 Packs bekommen habt. Ja, auf jeden Fall finde ich das eine geile Sache. Wir haben auch noch ein sehr, sehr schönes neues Team der Woche am Start mit Schweini in Form. Ich glaube, das ist sogar der zweite in Form. Messi zweiter in Form. Weiß ich nicht genau. Und David Silva in Form. Ich weiß jetzt da aber auch allerdings nicht, ob das der zweite schon ist. Spielt auch keine Rolle. Wir haben ein schönes Team der Woche am Start. Und wir haben hier ein Pack oder 10 Packs mit 12 gemischten Objekten, Spieler und Verbrauchsobjekte. Mindestens 10 goldene und sind alle selten. Also wenn das nicht nett ist. Einziger Nachteil ist, dass man diese Sachen, die man da zieht, nicht verkaufen kann. Man kann sie nicht tauschen, man kann sie nicht verkaufen, man kann sie nur behalten. Aber das stört ja nicht, weil wenn jetzt da ein Messi in Form drin wäre, dann könnte man mit dem ja spielen. Wäre ja kein Problem. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal das erste Pack auf. Ich hoffe, dass ihr mir alle schön fleißig die Daumen drückt. Ich würde sagen, ich schaue jetzt erstmal weg. Ja, ich schaue jetzt weg und gucke mal, was rauskommt. Und ja, was haben wir hier? Allianz Arena, Abdenur, Abidal, Jose Calejón. Drei Mannschaft Fitnesskarten, okay. Ja, ist mit Sicherheit jetzt nicht so ein überragendes Pack hier. Aber es ist umsonst. Also braucht man sich nicht beschweren. Nehmen wir natürlich alles mit in den Verein. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Hat der das jetzt gelöscht oder einfach alles zum Verein? Naja, ist ja egal. Ist ja sowieso nichts sehr, sehr Gutes drin gewesen. Ja, noch neun Stück haben wir. Da kann also noch definitiv was kommen. Ich schaue wieder weg und schaue jetzt langsam mal wieder hin. Und sehe Subotic, Bender, Danilo, Amsterdam Arena. Ja, auch kein überragendes Pack. Ja, aber wieder zwei Mannschaft Fitness. Die kann ich ja sowieso gebrauchen. MS zu ST, glaube ich, ist dieses Jahr nicht so viel wert wie letztes Jahr. Bender, den habe ich schon im Verein. Das heißt also jetzt, ich muss den, ja, ich muss den jetzt wohl schnell verkaufen. Für null Münzen, das ist es ja. Man bekommt dafür nichts außer die Spieler oder halt diese Verbrauchsobjekte. Ich bleibe dabei. Ich finde es eine nette Geste anlässlich des fünfjährigen FIFA Ultimate Team Jubiläums. Und, boah, ja, Varelero habe ich hier schon gesehen. Finde ich das echt eine gute Geste. Und, hä? Äh, normalerweise wird doch dann immer der höchst bewertetste Spieler gezeigt. Aber in dem Fall hat es mir den zweithöchsten gezeigt. Ja, sehr komisch. Also, Machetti ist hier also der Beste in dem Pack. Varelero auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Ich hatte ihn schon ein paar Mal. Kann ich nur empfehlen, wenn man ein Team, ein Hybrid-Team mit Mario Gomez machen möchte. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Passspiel, auch gutes Dribbling. Und der kann auch sehr, sehr gut schießen mit seinem starken Fuß. Also, äh, klare Empfehlung mal an euch da draußen, mal den Borea Valero auszuprobieren. Der hat auch einen Inform, den ich auch mal hatte. Aber zu dem kann ich noch nicht viel sagen, weil ich den relativ kurz nur hatte. Und wir gehen jetzt zum dritten Pack, glaube ich. Oder zum vierten sogar schon. Und ich sehe schon Palacio. Und, ja, er ist der höchst bewertetste, okay. Palacio, Alessandrini, Cardoso. Mit 85 schießen, Cardoso, hä? Aber allerdings hat er halt nur 52 Tempo. Äh, und nur 70 Kopfball. Also, weiß nicht, ob der in Ultimate Team Nummer 14 so gut ist. Keine Ahnung. MS zu ZOM, ja, die könnte man eigentlich verkaufen. Für gutes Geld. Aber, ja, geht ja bei den Packs nicht. Aber, naja, ist ja egal. So, wir haben jetzt alles zum Verein gepackt. Hier hängt alles komischerweise. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt bald wieder normal läuft. Ja, okay, super. Sechs Stück haben wir noch. Es kann also durchaus noch ein richtig guter Spieler mit dabei sein. Ähm, wer kommt denn jetzt? Demichelis. Äh, Dallasandrini oder wie man den ausspricht. Keine Ahnung. Pietroipa. Naja, kein gutes Pack, würde ich jetzt mal behaupten. Demichelis. Ähm, mit Sicherheit ein sehr guter Verteidiger. Aber er ist halt nichts wert. Das ist die Sache. Alle zum Verein. Der Rest war gar nicht so schlimm. Also, ja, eigentlich das Übliche, was man halt bei solchen Packs erwartet. Ähm, aber trotzdem. Kann ja sein, dass was Gutes dabei rauskommt. Und jetzt zum Beispiel Marcelo, der vor ein paar Stunden in Form war. Aber, ja, egal. Marcelo nehmen wir mal mit. Jetzt muss ich in Zukunft, wenn ich ein Team mit Marcelo haben will, ihn nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen was wert. Cessinior noch und Zapata. Zwei, äh, sehr, sehr gute Spieler, wie ich finde. Der Zapata, den kann ich auch jedem empfehlen, der einen sehr, sehr günstigen Innenverteidiger sucht. Und bei Marcelo mit Backbone sogar. Ja, äh, den nehmen wir natürlich gleich mit, so wie er ist. Gutes Pack, würde ich sagen. Ähm, bisher bin ich aber ehrlich gesagt noch nicht so zufrieden. Es könnte auch mal ein bisschen was Wertvolleres dabei rauskommen. Obwohl ich ihn ja trotzdem nicht verkaufen könnte. Aber, ja, ja, wäre mal gut. So ein Dante zum Beispiel, der auch ein guter Spieler. Ähm, wäre trotzdem mal gut, einen etwas besseren Spieler zu ziehen. Keine Ahnung, vielleicht ein In-Form, irgendwas. Mal gucken. Ähm. Ja, jetzt habe ich auch einen unendlichen Vorrat an Dante da. Dank EA. Ähm, jetzt muss ich mich nie wieder darum bemühen, eine Dante zu besorgen vom Markt. Das ist natürlich auch was. Ähm, den Rest kannst du eigentlich, äh, ja, wie immer knicken. Hm, ein recht schönes Trikot. Ja, hier sehr, sehr komisch. Dieses Trikot habe ich gezogen. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Aber wenn man dann an der Konsole spielt, hat dieses Trikot einen Sponsor. Und dann sieht es eben nicht mehr so toll aus. Sehr, sehr kurioses Trikot. Ähm, hier an der Web-App kein, äh, Sponsor. Aber dann auf der Xbox One dann doch ein Sponsor. Naja, was soll's. Jetzt überspringe ich mal das Ganze. Und Pelé, Armero, what the hell. West Ham und Linksverteidiger. Das ist doch, das ist doch geil. Jetzt hat man auch mal einen alternativen Linksverteidiger, den man mal ausprobieren könnte. Oder ist das überhaupt Premier League? Ja, ist noch Premier League. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich eh nicht so informiert über die ganzen Transfers. Ich lasse mich bei sowas immer recht gern überraschen. Ähm, Armero, dass er, dass er in die Premier League wechselt und dann auch noch Linksverteidiger, ähm, bei FIFA wird. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich frage mich, was der Wert ist. Ich denke mal, der wird schon ein bisschen was wert sein. Aber ich kann ihn ja eh nicht verkaufen. Also, ja, egal. Manczukic haben wir jetzt hier. Maikon und Ayu. Oder Ayu. Ja, Manczukic. Könnte ich auch mal wieder irgendwo reinhauen. Habe ich auch schon länger nicht mehr benutzt. Definitiv kein schlechter Stürmer. Und, ähm, ja, den Rest. Ja, nehmen wir einfach mal mit, so wie es ist. Drei Mannschaft-Fitness-Karten wieder. Das ist immer gut. Die kann man immer gebrauchen. Besonders jetzt, wo ich, ähm, meinen Verein gelöscht habe vor kurzem. Und fast alles verloren habe. Habe ich dann jetzt wieder ein bisschen einen kleinen Vorrat an Mannschaft-Fitness. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Pack. Ähm, bisher war das Pack-Opening okay. Man darf sich ja nicht beschweren, weil es ja geschenkte Packs sind. Aber ich hätte halt schon gerne noch ein bisschen, äh, einen besseren Spieler. Vielleicht mal so einen 88er oder so. Keine Ahnung. Ich schaue weg auf jeden Fall. Und lasse mich überraschen, was mir EA da bietet. Und, ähm, ja, jetzt haben wir mal vier Spieler. Aber auch nichts, äh, berauschendes. Lamela, Abbiati, Crouch und Oberfemi Martins. Also auch nur ein durchschnittliches Pack. Wobei Lamela mit Sicherheit gar nicht so schlecht ist. Ähm. Wieder eine Mannschaft-Fitness. Sehr gut. Und die Felddienst-Arena. Die nehmen wir auch natürlich mit. Und, ähm, ja. Das war es leider auch schon. Meine zehn Gratis-Packs sind schon weg. Hat leider nicht sollen sein mit einem Inform-Spieler. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es echt eine tolle Sache. Ich wiederhole mich, aber ich finde es echt eine tolle Sache von EA. Dass sie, ähm, fünf Packs verschenkt. Pro Spieler. Mir haben sie halt zehn geschenkt. Keine Ahnung warum. Aber ich finde es auf jeden Fall nett. Und, ähm, ja. Freue mich drüber, dass ich jetzt wieder ein paar Gratis-Spieler bekommen habe. Die ich auch eventuell mal in ein, zwei Teams einbauen könnte. Und, ja. Wie ist es bei euch? Schreibt bitte mal in die Kommentare rein. Habt auch ihr zehn solche Packs bekommen? Oder bin hier nur ich mit zehn Packs beglückt worden? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja. Mal wieder nach langer Zeit ein Pack-Opening. Lange ist es her. Äh. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich melde mich wie immer dann die Tage wieder. Und, ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbayer.